Hamuram. Hamuram. Malka? Schweig! Ich versuche, die Lieder der Natur zu hören. Hamuram. Hamuram. Svala. Sie lobpreist und sie ist willkommen. Euch zu Gehör lausche ich, o Älteste. Große Odin, mächtige Freya. Ich erbiete euch Dank für eure Gabe des Seyda. Sie dankt und sie ist gesegnet. Eivor, lang ist es her. Was führt dich den weiten Weg hierher zu mir? Ich, ich suche deinen Rat. In einer persönlichen Sache. Komm. Geht es deiner Mutter gut? Ihr Verstand ist will. Sie spricht mit Geistern. Ich fürchte, ihr letzter Winter ist angebrochen. Doch hat sie mich. Sprechen wir nun über dich. Ich, ich hatte ein Gesicht. Eine mächtige Erscheinung. Es mag mein Kampfrausch gewesen sein oder ein Wahn wegen der Kälte, aber... Beschreibe sie mir. Nach 17 Jahren sah ich die Axt meines Vaters wieder. Und als ich sie berührte, überkamen mich die Bilder. Da war ein Wolf, heulend und wild. Und dann eine Gestalt. Mit grauem Bart und Mantel. Er hatte nur ein Auge und bedeutete mir, ihm zu folgen. Ach, der Erhabene. Er ruft dich. Vielleicht möchte er mit dir sprechen. Eine Botschaft überbringen. Nur durch Seda wirst du klarer sehen und das Knäuel entwirren, dass die Fäden deines Geistes sind. Es wird nicht lange dauern. Was brauchst du denn da? Einen Trank, um deinen Huger zu lösen und deine Gedanken zu entwirren. Du wirst gleichzeitig wach sein und schlafen. Und in die Traumwelt reisen. Es mag dich verwirren oder verstören. Doch du musst dir alles merken, was du siehst. Trink. Wenn du wahrhaftig verstehen willst. Was ist die riesig? In der Hand? Ich habe nichts gesehen, Valka. Nichts gefühlt. Ah, wie! Endlich unter den Toten? Sigurd? Sigurd? Bruder, wann bist du gekommen? Es geht hier. Danke. Siegert? Ja. Bruder! Was geschieht hier? Es gab keinen anderen Weg, Harvey. Es ist unser Schicksal. Siegert! Siegert! Was ist passiert? Es war nicht für dich, Harvey. Siegert! 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 verdienen doch diese vorzeichen bergen auch eine dunkle wahrheit der fehlende arm die blutspur die bestie du wirst deinem bruder sigurd verraten das ist die bedeutung dieser bilder das kann nicht stimmen ich würde sie gott niemals verraten er ist mein bruder meine familie die norn hier haben gesprochen und dies ist ihre botschaft nein das ist falsch bedeutet es nicht richtig das kann nicht stimmen du wirst sie gott verraten oden kämpfte gegen sein schicksal es ist möglich ja 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 Was ist das? Also schläft Eivind während seiner Wache. Das erklärt einiges. Eivind, wach auf! Oder du wirst in der Wildnis ausgesetzt. Er muss wach bleiben. Sie könnten überall sein. Schlaf wandelt er etwa? Sie sind überall. Wenn wir sterben, sterben alle. Darf nicht einschlafen. Muss sehen, ob sie kommen. Eivind, wach auf! Da vorn geht's nicht weiter! Benutzt er jetzt die Seilrutsche? Moment! Ein Sturm! Sieh doch! Oh, oh, oh! Was? Oh! Eivind, ganz ruhig! Du hast geschlafen! Nein! Ich bin durch die Luft geflogen! Ja, im Schlaf. Ein unwirscher Weckruf. Aber immerhin lebst du noch. Unternimmst du schon immer Wanderungen im Schlaf? Seit ich hier stationiert bin. Wenn ich im Bett liege, habe ich Angst, dass wir angegriffen werden. Wenn ich im Dienst bin, kann ich nicht wach bleiben. Nur ein Narr bleibt die ganze Nacht versorgen wach. Du bist müde, wenn du aufstehst und dein Problem ist trotzdem nicht gelöst. Du bist so weise wie Odin, Eivind. Ich denke darüber nach, wenn ich zu Bett gehe. Denk darüber nach, wenn du Wache schiebst und nicht im Bett, wenn du schlafen sollst. Doch jetzt melde dich schnell zurück, bevor du als Verräter gebranntmarkt wirst. Los! Ich bin ein Narrativ, wenn du schlafen willst. Ah! Oh, come on! Ugh. Ow. Ow! Ah! Ow. Was ist das? Setz dich doch! Lass uns spielen! Komm, Scherka! Ausgezeichnet, König Stürbjörn. Ich überbringe diesen Vorschlag meinem Neffen. Sicher wird er die Weisheit darin erkennen. Gut. Mehr kann ich nicht hoffen. Mögen die... Mögen die Winde dir gewogen sein, Gudorm. Eva, tritt vor. Erkläre mir in einfachen Worten, warum du vorsätzlich meine Befehle missachtet hast. Verspottest du mich? Ich verspotte dich nicht, König. Ich möchte dich stärken. Im Angesicht deiner Feinde und deines mangelnden Urteilsvermögens. Du weißt nichts von meinem Urteilsvermögen. Du weißt nichts von meinen Plänen und Taktiken. Sigurd würde mir zustimmen. Das würde mein Sohn vielleicht tun. Doch... würde er gehorchen. Nicht so gut, wie er seinen Platz erkennt. Stelle dir vor, du wirst von einem Feind bedrängt, dessen Krieger deutlich zahlreicher sind als deine eigenen. Welchen Nutzen hätte ein offener Krieg? Wäre es nicht besser, im Stillen zu arbeiten und durch Verhandlungen Bündnisse zu schließen? Den Tag abzuwarten, an dem unsere Zahl die unserer Feinde übertrifft und uns der Sieg sicher ist? Gibt es nennenswerte Verbündete? Oder ist das nur ein Vorwand, um nichts zu tun? Dein Selbstvertrauen macht dich für so vieles Offensichtliche blind, Eber. Tag und Nacht schmiede ich Bande zu den Clans im Norden. Schon bald wirst du die Früchte meiner Bemühungen sehen. Und dann wirst du es verstehen. War das alles? Ich verzweifle an dir, Eber. Als ich dich wie mein eigenes Kind aufnahm, hätte ich nie solch eine Respektlosigkeit von einem Sohn Varins erwartet. Dein Vater war ein guter Mann. Gerecht und mir ergeben. Er starb tapfer, damit wir leben können. Er starb als Feigling, Herr. Diesem Schicksal will ich nicht nacheifern. Warum trägst du diese nutzlose Last mit dir rum? Lass los! Denk nur an das, was vor dir liegt. An deine Zukunft und die kommenden Siege. Meine Ehre wurde befleckt. Bis sie wieder rein ist, will ich nichts anderes. Ich werde diese alte Wunde nicht wieder aufbrechen. Doch wenn es irgendwas gibt, das diesen Schatten aus deinen Gedanken vertreiben kann... Sigurd ist zurück. Unten am Hafen. Sein Schiff ist hier. Seid vorsichtig damit! Elbe! Sigurd! Sieh dich an, in Blut getränkt, Tränga! Hast du ohne mich Krieg geführt? Und du, salzgegärbter Wikinger! Ich rieche den Gestank von dutzenden Königreichen in deinen Bahnen. Das ist erst der Anfang. Randwi, geliebtes Weib. Dein Gatte ist zurück. Mit Geschenken und Reichtümern. Und mit neuen Freunden. Ja, Bassim und Heitern. In Miklagard zeigten sie mir viele Geheimnisse. Wir sind Sigurd für diese Einladung sehr dankbar und wollen eurem König Tribut zahlen. Mein Bruder wählt seine Begleiter stets mit größter Sorgfalt aus. Wenn ihr unbeschadet neben ihm steht, muss er euch mögen. Ah, Elbe. Sparte die Höflichkeiten, bis unsere Bäuche voll sind. Ich geh zu Vater und berichte ihm alles. Heute Morgen trafen wir ein Schiff, das nach Süden fuhr. Sie sagten uns, Eivor Wolfsmal wäre von Kyrtwys Leuten gefangen worden. Wir haben dir den besten Teil verschwiegen. Ich tötete meinen Entführer und holte mir meine Leute zurück. Und dafür schalt mich dein Vater. Du weißt, wo ich stehe, Bruder. Nichts weniger als Krieg wird Kyrtwys aus unseren Landen vertreiben. Ihr seht das anders. Ich weiß, ich weiß. Vater denkt zu viel und handelt zu wenig. Das ändert sich heute. Versprochen. Bis zum Ende des Winters wird der Name Kyrtwys des Grausamen nur noch ein Fluch auf den Lippen Betrunkener sein. Mein Sohn! Willkommen zu Hause! Ah, Vater! Heute Abend feiern wir deine Rückkehr mit einem Festmahl, Sigurd. Die Tische sind gedeckt mit Gerste und Lamm, Brot und Meed. Und sonst nichts. Ich bitte dich. Ich will nichts, was du nicht auch einem Trell vorsetzen würdest. Lass es mich sein, der dich ehrt. Ich bringe Gaben und Geschichten aus fernen Ländern. Nach zwei Wintern auf See habe ich beides im Überfluss. Wohl an, wohl an. Komm herein. Und wenn wir fett und zufrieden sind, Vater, sprechen wir über Kyrtwys und seinen Clan. Und wie wir diesen Schrecken endgültig loswerden können. Er hetzt uns schon zu lange. Er beschämt uns schon zu viele Jahre. Ich weiß das. Eivor weiß das. Das muss enden. Ja, natürlich. Wenn die Zeit reif ist. Wir glitten die Wolga hinab durch Gardariki, raubten, wo wir konnten und wichen den Speeren schattenhafter Stämme aus. In Miklagards waren wir Männer behangen mit Reichtümern, so leuchten wie Bifrost selbst. Die nahmen wir für unsere Mühen mit, versteht sich. Wir segelten nach Rom, dann Afrika, vorbei an Meeren aus Sand, Kriegern aller Farben und so viel Schönheit, ihr würdet weinen bei ihrem Anblick. Und nun bin ich zurück. Mit Rom und Reichtümern, um sie mit meiner Familie, meinen Freunden, meinen eisharten Dränggier zu teilen. Nehmt also von meinem Hort, was ihr wünscht. Denn dies ist nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Morgen beginnt der Raben-Clan von vorn. Skull, Sigurd. Skull! Und du, Eivor, komm! Ich habe etwas Besonderes für dich. Eivor, hast du Valka einen Besuch abgestattet? Habe ich. Und? Es ist nichts, worüber ich sprechen könnte oder wollte. Ich verstehe. Dein Bett wird warm sein, nun da dein Mann wieder zurück ist. Das muss ein schönes Gefühl sein. Ein anderes Gefühl. Wärmer, aber mit weniger Platz, um mich auszustrecken. Freust du dich nicht über die Rückkehr deines Mannes? Natürlich. Doch es ist so lange her, er kommt mir vor wie ein Fremder. Drei Winter sind wir verheiratet und zwei davon war er fort. Kannst du das Feuer, das einst brannte, nicht neu entfachen? Wenn er ins Bett kriecht, um mich zu wärmen, wie du sagst, dann tut er das mit Fürzen und Mietatem. Ah, hätten nur alle so viel Glück. Heiter, richtig? Ja. Und du bist Eivor? Genau. Ich hoffe, der ganze Trubel ist dir nicht so viel. Wir reden meist genauso viel, wie wir trinken. Keineswegs. Der Qualm aus der Feuergrube brennt in den Augen. Aber die Wärme ist angenehm. Natürlich. Wo du lebst, soll es ja auch recht warm sein. Wo ich lebe, ändert sich von Woche zu Woche. Doch ich bin stets an der Seite meines Mentors, Basim. Dein Lehrmeister? Zu welchem Zweck? Für einen noblen Zweck. Einen, der so wahrhaftig ist wie die Welt alt. Doch belassen wir es vorerst dabei. Ich verstehe. Nur falls du vorhast, dich den Rest der Nacht in Schweigen zu hüllen, dann halte dich von Teglas Med fern. Ah, danke für die Warnung. Das wird kein Problem sein. Du bist Basim? Du hast ein gutes Gedächtnis. Und du keinen Med. Darf ich das beheben? Sigurd sprach oft von dir. Er nannte dich seinen rechten Arm. Einen gefeierten Krieger. Es ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Gleichfalls, Basim. Und wie hast du meinen Bruder kennengelernt? Er kam vor einigen Monaten nach Konstantinopolis, um Vorräte zu laden, sagte er. Doch ich wusste es besser. Männer mit einem solchen Glanz in den Augen haben meist große Pläne. Ich glaube, er wollte die Ahea Sophia plündern. Das klingt nach ihm. Ich werde dich nicht mit den Details unseres Treffens langweilen. Doch ich mochte deinen Bruder von Anfang an. Ich sah etwas in ihm, das mich gleich in den Bann zog. Als wäre die vergessene Erinnerung an eine alte Freundschaft hervorgetreten. Ja, er hat diese Wirkung auf Menschen. Genieße deinen Abend, Basim. Ich suchte lange ein Geschenk, das deiner würdig ist. Du hast meine Neugier entfacht, Bruder. Was ist das? Noch nicht. Erst trinken. Auf meine erste Nacht in Vornberg nach über zwei Wintern, möge ich am Ende medtrunken und mit glasigen Augen die Schatten von Trollen anschneien. Und du willst, dass sich diese Honigwellen mit dir befangen? Ja, du hörst mich nicht los. Und jetzt trink. Du würdest selbst Tor beschämen. Vergib mir. Am Tag deiner Rückkehr hätte ich dich gewinnen lassen sollen. Du solltest mich anfangen lassen. Schön, dass du wieder da bist, Sigurd. Ja, ich habe das hier schrecklich vermisst. Als ich Basim das erste Mal traf, unterhielte ich ihn mit Geschichten aus unserer Heimat. Und dabei verspürte ich plötzlich ein heftiges Heimweh. Kommt! Nun zu deinem Geschenk. Diese Männer waren meine Hirten, in einem Großteil ihrer Heimat, des Abbasidenreichs. Ihr Clan ist nicht durch Blut, sondern einen gemeinsamen Gedanken verbunden. Eine Schattenbruderschaft, die für ihre eigene Gerechtigkeit sorgt. In unserer gemeinsamen Zeit teilten sie viele ihrer bestgehütetsten Geheimnisse mit mir. Dafür bin ich dankbar. Und nun... ...überreiche ich dir eines dieser Geheimnisse. Eine Waffe für den besten Krieger, den ich kenne. Heitam scheint gar nicht erfreut. Bin ich dieses Geschenk es nicht würdig? Das ist es nicht, Eivor. Es geht um die Zuwendung zu unserem Credo und... ...und die Ausbildung. Mentor, bitte. Mentor, ich muss protestieren. Das ist gegen die Tradition. Diese Klinge ist ein heiliges Werkzeug. Schreibe kaltem Metall nicht mehr zu, als ihm zusteht. Was zählt, ist der Geist, der sie führt. Bitte. Leg sie an. Die Klinge sollte an der Unterseite deines Arms anliegen, um sie zu verbergen. Ich habe nicht vor, sie zu verbergen. Und ich würde ungern euer Missgeschick wiederholen. Gefällt mir. Das war kein Missgeschick, sondern ein freiwilliges Opfer, um unsere Verbundenheit zum... Ein guter Anfang, Eivor. Aber du musst lernen, sie effektiv einzusetzen. Draußen. Das müssen nicht alle mit ansehen. Geh voraus. Du bist ja. Ja.